Wir müssen das Truppenstationierungsabkommen mit den USA kündigen. Das darf nur eine hier. Die USA-Staaten im mittleren Osten in Schwache. Ich bin heute hier, weil ich die Kriegsgefahr auf der Welt hier sehr bedrohlich finde. Und das drückt sich aus in dieser Zuspitzung zwischen USA und dem Iran. Sie möchte ich euch ganz herzlich...